Moin Moin die Tube, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sonntags Locals und am vergangenen Montag waren wir wieder bei Olli und haben, ja, diesmal Grabwächter gespielt und das ist schon wieder, ja, mehr oder weniger das dritte Mal, daher werde ich diesmal gar nicht mal wieder so viel erzählen weil der Bild ähnelt sich relativ stark dem Letztjährigen, außer dass ein paar coole neue Fallenkarten mit dazugekommen sind ich würde sagen, wir steigen ein und kommen dann zu den Trails und den ganzen anderen Sachen später ja, steigen wir ein, wir haben dreimal den Grabwächters Anwerber, unser Floater, dreimal unseren Grabwächters Spion der unsere Decks auch aus dem Deck floated, der andere ist ja eher ein Searcher dann Grabwächters Abkömmling, der die ganzen Karten zerstört und dann zweimal Grabwächters Kommandant, der uns die Feldzauberkarte an die Hand holt wir spielen relativ wenig Grabwächter, weil wir diesmal wieder mit Karte des Untergangs spielen daher möchten wir nicht zu viele spielen, wir spielen, glaube ich, jetzt momentan neun Grabwächter und, ja, damit wir halt nicht so viele abwerfen müssen in der Endphase dann spielen wir halt wieder, wie letztes Jahr, ne Pendel Engine, dreimal die Leitner Ariadne einmal ein Lüsterpendel und dieses Mal auch ne Erzunterwältel Exzentrik das hab ich mir abgeguckt, ein bisschen von meinem eigenen Bild mit, ähm, mit, äh, wo als wir Dings gespielt hatten mit unserem, Gott, was war denn das? äh, mit unserem Machaweilodeck, da hab ich mir das auch abgeguckt, da hatten wir auch Exzentriks gespielt das ist ne schöne Komplementärscale nochmal, falls die Lüsterpendel halt irgendwie durchgeht oder man ihn für ne Synchro benutzt, dann hat man halt noch ne weitere Scale, die man nutzen kann und die kann halt Zauber- und Fallenkarten schießen, was ziemlich praktisch ist dann kommen wir, äh, schon zu den Spells, das ist schon bei den Monstern gewesen eigentlich fast das gleiche Line hat wie letztes Jahr äh, wir spielen dreimal Tal der Toten, hat ja mittlerweile ne Erata bekommen ist jetzt noch etwas stärker geworden, weil sie allgemein alle Karten annulliert die sich da im Friedhof rumbewegen wollen, auch die sich selbst bewegen wollen was ziemlich gut ist, das macht die Karte halt nochmal ein bisschen stärker gibt dem Deck nochmal ein bisschen mehr Robustheit und nervt so ein paar mehr Karten, als es noch letztes Jahr war ist sehr, sehr gut für mich letztes Jahr auf 3 gespielt spielen wir momentan auch noch auf 3 hat halt ein gutes Matchup gegen sehr, sehr viele Decks dann ne Karte, oh, diese Baba, Königertribut äh, ich wünsche mir, sie wäre wieder zurück auf 2 wie, ich glaub, 2014 wurde sie, glaub ich, auf Limit gesetzt, obwohl sie sowieso nichts gerissen hatte in Grave Keepers das ist so gut, so viele Leute spielen Handfallen das sind alles Monster, die werden weggeworfen das ist so gut, diese Karte ist so nice wenn ich ihn dann irgendwie so Ghost Auger Max C, Ghost Ash hat die fliegen alle einem weg, er kann vielleicht auch den Max Erbel anchainen aber er weiß, er spielt gegen Grave Keepers, der wird dann nicht viel rauskriegen ähm, sehr, sehr gute Karte, ähm, sehr, sehr nice das, ähm, würde ich mal gerne auf 2 sehen ich glaub, so broken ist die gar nicht, weil Grave Keepers selbst halt nicht stark genug sind äh, dann Grave Keepers, äh, Stähle oder Graffiz Stähle einmal zum Recyceln der Monster ähm, falls man welche tatsächlich abwerfen muss kann man die halt damit wieder regenerieren im nächsten Spielzug dann für Konstanz, sauviel Draw Power Dramacardes Untergangs weil wir halt so ein Untergang-Variante-Deck spielen und wir spielen halt die Pendel-Scales, damit wir halt äh, nicht so viel abwerfen müssen und wir können diese Monster halt sowohl als Monster nutzen als auch als Pendel-Skala dadurch haben wir ein bisschen mehr Braum, äh, auf dem Spielfeld ähm, wird ab dem Link-Format natürlich sich ein bisschen ändern daher wollte ich das nochmal vorher einmal spielen bevor das Link-Format kommt dann müsste man wahrscheinlich eher diese Link äh, äh, diese ganze Pendel-Scales cutten weil die würden ja quasi Zaubern-Fallen-Karten-Zonen einnehmen was ein bisschen schwierig werden würde aber momentan geht das noch und, äh, daher hab ich mich dafür entschieden, das zu spielen äh, dann weiterhin zur Konstanz Dramatopf der Gegensätzlichkeit um durch sein Deck durch, äh, ja, weiter noch durchzugraben und die Karten zu bekommen, die man möchte meistens Karte des Untergangs, die man ranholen möchte wenn man die nicht hat und weil mittlerweile Verlaubung der 15 ist auf 3 ist spielen wir sie auf 3, ich glaub letztes Jahr war sie noch auf 2 da haben wir auf 2 gespielt und davor hatten wir sie auf 1 gespielt, weil sie davor auf 1 war ähm, einfach mehr Konstanz wir haben sehr viele Finsternis-Monster der einzige, der kein Finsternis ist, ist der Kommandant und den, äh, nutzt man aber halt, um die Felsauber-Karte zu suchen dann bei dem Removal spielen wir noch ein Schwarzes Loch und ein Raigeki ähm, ich hatte ursprünglich geplant mit, äh, Topf der Begierden zu spielen hier also mit einer noch weiteren Draw-Karte ähm, die hab ich leider zu spät bekommen da wird ich gleich nochmal erzählen ähm, da hab ich ein bisschen gecuttet aus dem Main-Deck ursprünglich war das, glaub ich, ein 740 oder 46 Karten-Deck jetzt hab ich's auf 42 runtergecuttet gehabt ähm, damit ich ja nicht zu oft Monster sehe und hab daher, äh, das zweite Schwarzlauch-Inzeit-Deck gefuckt kommen wir dann zu den, ähm, zu den Feinkarten spielen wir eine Bodenlose Fallgrube die ist halt mittlerweile ein bisschen besser geworden weil man die ganzen, ähm, wie heißen die ähm, die ganzen Waren Dachos auch damit kriegen kann auch wo man halt nicht den, ja, die ganzen Zodiac-Scheiß damit abkriegt ähm, wir spielen, wir spielen Locals, äh, läuft nicht immer, äh, Zodiacs rum deswegen eine ganz gute Karte und wir haben halt Raffleser, die halt die aus dem Deck aktivieren kann dann haben wir Reißen-Attributs sehr, sehr schöne Karte, überraschenden Gegner nuket das ganze Board dann spielen wir den Spiegelkräften gleich alle drei guten eine, äh, eine normale Spiegelkraft eine beamende Spiegelkraft und eine trägende Spiegelkraft ein bisschen Varietät, um den Gegner zu überraschen damit er nicht genauer predikten kann welche wir gerade Face-Down haben und alle haben ihren guten Einsatz aber auch haben teilweise ihre Schwächen gegen entsprechende Decks dann bei den anderen Fallenkarten Dimensionsbarriere glaub ich, die gab's letztes Jahr noch nicht, als wir das gespielt hatten ähm, jetzt als, ja, Hass gegen Extra-Deck-Sachen weil das waren so meistens die Sachen, die halt die, ja, die Grabwächter halt entsorgt haben relativ schnell die verdeckten, ähm, daher drei mal Dimensionsbarrieren das ist eine sehr, sehr starke Fallenkarte und dadurch, dass wir die Engine mit Mariatne spielen ich hab überlegt, ob ich noch eine Chaos- oder eine zwei Chaos-Fallgruben reinpacke oder halt irgendwie, ähm die eine Karte, die halt, ähm die große Revision ist vorbei, glaub ich, würde wie die heißt halt weitere, äh, Konterfallenkarten reinpackt die halt, äh, die man noch suchen kann aber im Endeffekt dann doch dafür entschieden einfach dreimal feierlicher Schlag und einmal ernste Warnung zu spielen dadurch kann man dann maximal zwei Reitern so durchdönern also mit dem Surge aber ist meistens auch dann genug um halt genug Vorteile zu generieren damit man das Spiel auch schnell gewinnen kann ja, das war auch das Main-Deck ich glaub das sind 42, 43 Karten irgendwie so und, äh, dann kommen wir zum Extra-Deck was relativ egal ist, ähm Phantomritter, weil man halt vier Dreier spielt da kann man theoretisch dafür overlayen dann Breitball und Drachtzack die hab ich tatsächlich mal gemacht weil halt ordentlich Controller aufs Feld bringt und ein bisschen Karten los wird die man so mit dem Main-Deck vielleicht nicht wegkriegt denn die eine Rafflesia hab ich nicht gebaut Cowboy nicht gebaut Dweller nicht gebaut Castell nicht gebaut Nummer 82 Hestlandrache zum Trollen auch nicht gebaut Tornado-Drache, den hab ich mehrmals gebaut ähm, weil manchmal wollte ich eher die Backroll loswerden und, ähm, da war dann der Drachtzack nicht so gut weil halt Facedowns dabei waren und da war der Tornado-Drache ein guter, äh, Bait also ein guter Köder den man vorsetzen konnte der war ziemlich nice fand ich sehr, sehr gut äh, Nummer 66 nicht gebaut und auch den Utopia nicht einmal gemacht äh, genauso wenig wie man theoretisch den Dynoster und den Zynster machen kann weil man halt, ähm, Luster mit in dem Deck spielt und theoretisch für beide auch gehen kann ähm, im Mirror Match oder so, äh, Mirror Match eben so ein Pendel Matchup kann das ganz gut sein äh, nicht dazugekommen aber theoretisch sind die halt machbar und die hat die auch, glaub ich, letztes Jahr gespielt dann bei den Side-Deck-Karten eine Handfalle ein Max-C weil Max-C ist halt einfach gut wenn man Second geht ähm, kann halt den Gegner ein bisschen aufhalten ist ziemlich nice ähm, ist aber eher so ja ne, Demise muss man halt aufpassen dass man damit, äh, ja dass man nicht zu viele zu viele Monster nachzieht äh, oder zu viele Monster schadet dann Backroll-Removal Dreimal Kosmos zu klonen wir spielen halt keine mystische Raumteil von dem Main-Deck nur den Exzentrik und ein Zwillings-Twister damit wir halt, äh, Backroll loswerden können vom Gegner falls wir Second gehen meistens, äh, kommen die rein oder halt, wenn man gegen wahre Drachos oder spielt dann wird man sowas geschahen damit man diese ganzen hässlichen Karten loswird dann das zweite schwarze Loch wie bereits gesagt, äh, im Side-Deck dann zweimal Verschwundener Wind ähm, ist ein bisschen schwierig hier in dem Deck weil dadurch, dass wir, ähm, äh, Dings spielen dass wir, ähm, Teil der Toten spielen kann sie sich selbst nicht mehr setten ähm, aus dem Graveyard weil das wird ja mittlerweile ja auch nicht mehr erlaubt äh, daher ein bisschen schwierig aber halt diese Attack, äh, runterhauen das macht halt quasi dass man niemals über einen Spy rüberkommt mehr oder weniger das so ziemlich gut ist und halt den Schutz bietet vor halt irgendwelchen Exis-Monstern unter anderem auch äh, hab ich aber auch nicht geboardet heute Zwangsüberküriungsgerät falls man gegen was spielt was sehr viel Extra-Deck-Stuff macht und wo die halt effektiv sein kann auch nicht geboardet Steedian Dirge hab ich mal sogegentlich Dinos geboardet damit die halt nichts machen können ähm, dann zweimal einmal aussetzen äh, gute Karte immer noch ähm, ich find's ja auch in Garpfecht dann ziemlich witzig weil man halt seine Monster dann aufflippt und dann, oder normal summont und dann hat man gute Beat-Sticks und der Gegner hat alles in Delft und die kann man jetzt umrennen zweimal antimagischer Duft gegen Pendle vor allem sehr, sehr nice hat den Gegner richtig hart genervt was schönes Zeit der Karte und näher in der Albtraum ebenfalls gegen Pendle und alles was halt Continuous Spell and Traps spielt hab ich die da reingeboardet um entsprechende Plays aufhalten zu können gut, und dann kommen wir auch direkt zu den Matchups ähm, erste Runde ging es gegen TrueKing Dino gegen, ja nicht so ganz erfahrenen Spieler ähm, der hat oft seine Feldzauberkarte vergessen zu nutzen um die Tokens zu beschwören ähm, ich hab ihm das halt nach dem Duell gesagt dass er das vielleicht mal öfters nutzen soll weil, ähm ja, dadurch hat er halt nicht sehr viel Vorteil generieren können ähm, erste Runde hab ich gut dominiert durch meine Traps und alles zweite Runde hat er angefangen hat gut angefangen ich hätte zwar Max C gehabt ähm, ein bisschen was aufhalten zu können von ihm aber ich hab nur ein Monster gezogen ich hatte keine Plays und hab dann verloren dann ging es dritte Runde äh, ging ihn und ich glaub das war schon kurz vor dem Timeout aber ich hab ähm so viel Backrow gehabt dass ich ihn einfach sehr gut kontrollieren konnte und dann konnte er halt nichts machen dann ging es ähm in der zweiten Runde ging es gegen, ähm Marges Specter oder Marges Spence mit Zodiacs drin also mit Radpia Combo und Fusion Sub Combo ähm, erste Runde war richtig lange wir haben richtig lange rumgegrindet und geguckt äh, wie können wir das reißen ich hatte zu viele Spiegelkräfte und reißen ich hatte halt alles was irgendwie Monster zerstört womit ich halt die die ganzen Marges Specter halt nicht aufhalten konnte ich konnte zwar in Dauern seine Pendel Summons annullieren mit äh, meinen Strikes und so ähm, aber das hat halt auch nicht wirklich geholfen und äh, so mit der Zeit hat er mich dann ausgegrindet und dann konnte ich nichts mehr machen Game 3 habe ich halt mit Doppel Anti-Spell gestartet oder eine Anti-Spell gehabt die dann gesettet konnte ich ihn lange zurückhalten dann habe ich irgendwann mit Ariadne die Combos gemacht äh, damit konnte ich dann langsam äh, wieder Karten quasi mehr oder weniger zurückgenerieren als dann meine Anti-Spells losgeworden ist und was ich halt gemacht hatte ich hab zwischendurch halt mit Ariadne ein bisschen Beatdown gemacht ein bisschen mit dem Spy Beatdown gemacht hab ich so langsam von den Linkspunkten runtergekriegt aber er hat mir nicht einmal Schaden gemacht und dann war auch immer Timeout wir hatten noch drei Züge und ähm ich hatte 8000 er hatte noch 4200 und ich so oh, vielleicht krieg ich auch noch durchgestallt äh, irgendwie noch dass ich ein, äh, 1-1 rausfuhre und ich hab halt seit Turn 1 hatte ich eine Bebende-Spiegelkraft-Face da und die hat am Ende tatsächlich im letzten Moment quasi das Spiel gerettet oder so ähm er hatte halt noch eine Battle-Face aber er hätte mir niemals Schaden drücken können weil ich halt noch die Bebende ne, mit der Bebende hatte ich so viele Monster von ihm verdeckt dass er nicht genügend, äh Platz mehr hatte um Monster zu benutzen er hätte theoretisch ähm noch mit seiner Feldzauberkarte noch die Marge Spencer austauschen können das Problem ist weil ich hatte, ähm Barriere unten und ich hätte einfach äh Pendel sagen können und er hätte keine weiteren mehr beschwören können er hätte nur noch 2000 Damage oder so hindrücken können das hätte nicht gereicht und ähm ich bin die ganze Zeit mit Floodgates gestorbt auch so mit, ähm hier Lose One Turn und er kam einfach nicht wirklich rein und am Ende hat er halt sein ganzes Board war einfach zugepflanzt und dann konnte er nichts machen Runde Nummer 3 ging es gegen, ähm Dinosaurier schon wieder mit True Kings halt drin ähm erste Runde war absoluter Abfall ich wurde ausgedeckt im Endeffekt ähm ich hatte halt einen Dryden gemacht ich hab zweimal seine Fieldspell geschossen ähm und so ein bisschen seiner Monster das Problem ist er hat irgendwann noch eine dritte Fieldspell rausgeholt und meine Monster kam über nichts mehr rüber was er hatte und er hatte einmal mit einer bebenden Spiegelkraft mir zwei Monster verdeckt sodass ich auch nicht genügend Platz hatte genau wie im Game davor und ich hatte irgendwann TT nochmal gemacht und Darkhold aber es hat nichts gebracht ich hätte noch irgendwie diese Feldzauberkarte noch einmal loswerden müssen ansonsten ähm konnte ich einfach nichts machen ich hatte einfach zu viel Deckfindung mehr oder weniger gemacht von Anfang an und dadurch hatte ich weniger Deckkarten und er hat mich einfach ausgedacht einfach nichts gemacht die ganze Pasturn Pasturn gemacht und ich konnte einfach nichts machen das war richtig hässlich Game Nummer 3 ähm äh Game Nummer 2 war halt auch nicht gerade berauschend ähm er hatte viel bessere Karten ich wurde einfach dort fertig gemacht dann ging es in der vierten Runde gegen 60 Karten Lichtverpflichtet mit Dino Totally Awesome und ich weiß auch nicht was sonst noch drin war Zombies glaube ich waren da auch noch drin ähm richtiger Mix aus Zeug ähm Game Nummer 1 äh konnte ich ihn gut kontrollieren weil ich glaube ich hatte die Kombo mit ähm Laster Pendel gehabt und konnte ihn äh damit halt konnte ich sehr viel pendeln nachher und konnte halt meinen Tornado Drachen machen und seine Sachen entfernen weil er spielte auch Royal Decree Main Deck die musste ich halt auch irgendwie loswerden hat genervt und äh Game Nummer 2 hat einen guten Start mit ähm Bunny gehabt und hat auch mir einen Toad hingelegt aber ich hab ihn halt dann gezwungen mit einer äh mit einer Necro Valley die zu annullieren weil das Ding ist halt das Ding hält halt mehr oder weniger sein komplettes Deck auf auch unter anderem Totally im Grave und die hatte dann annulliert und hab ihm sein Feld 3 GG gegeben und dann hab ich äh wieder über Traps dann wieder das geklärt so dass er dann nicht mehr zurückkommen konnte und ähm am Ende ging es dann für mich dort auch dann 2 zu 0 aus und im Endeffekt hab ich dann 2 1 1 gespielt und bin mit 7 Punkten 6 davon 20 Spielern geworden was denk ich mal ein ganz solides Ergebnis ist dafür dass wir Grabwichter gespielt haben haben wir da schon ein ordentliches Ergebnis denk ich mal rausgeholt und ähm hat auf jeden Fall Spaß gemacht einige dieser Games vor allem dieses Grind Game mit den Magic Spektern das war richtig nice also das war richtig cool und ich fand dieses Deckout Spiel so schlecht das war so kacke ähm ja ich glaub das ist einer meiner wenigen Deckout Losses die ich hier hatte also ich hab aufgegeben 3 Züge davor aber ich weiß ich wäre aus Deckout gegangen also deswegen zähle ich das als Deckout ähm ja das ist soweit zu dem Gravekeeper Deck ähm das war so der kleine Update wir haben ja bisher noch keinen neuen wirklichen Support dafür bekommen für das Deck ähm mal gucken ob da irgendwann noch was in die Zukunft kommt daher war das erstmal so das Update was ich für dieses Jahr dafür hab ich würde sagen wir gucken uns einmal die Trades an da hab ich mir eine Beatrice herangetauscht ein Malakoda weil ich glaub ich hab auch immer noch kackei davon ähm zwei Bumbukus weil die mittlerweile nix gehen und dann hab ich die halt ich wollte halt drei Topfe der Vigiene spielen die hatte ich mir gekauft bei Cardmarket weil das ist das erste Mal seit ever selber als ever dass ich mir eigentlich mal was bei Cardmarket gekauft habe weil ich das halt für mein DM Deck brauch und ähm der Kollege meinte so ja ich bin ja auch außerhalb aber ich kann sie dir auch direkt auf der Locust geben ich so dann okay dann hab ich halt das Deck für 46 oder 47 Karten optimiert aber dann kam er nicht oder so ja geil da hab ich das halt wieder runtergekattet vor dem Spiel weil das sonst ein bisschen zu inkonstant war und dann kam er in der dritten Runde wo ich grad am Ausdecken war kam er damit auch nicht so ich geb mir die Karten auch noch in mein Deck damit ich mich dann noch schneller ausdecke ich hab schon weniger als die Karten im Deck ähm ja daher hab ich sie halt nicht gespielt und ähm hätte sie sonst reingepackt und hätte noch ein, zwei Traps mehr gepackt einfach nur ein bisschen das Deck ein bisschen dicker zu machen damit man halt sich nicht zu schnell ausdeckt mit dem Deck ja das waren halt keine wirklichen Trades die Karten hatte ich mir halt schon vorher schon gekauft und der hat sie mir halt nur noch vorbeigebracht so kommen wir zum Tournament Pack komm schon ne Ulti wär doch mal geil Strike Ulti dafür dass wir auch drei Strikes spielen gerade in dem Deck oh mein Gott ich krieg den Booster nicht mal auf what the fuck die The Envoy Taktik hier oder beziehungsweise die Slash Taktik wie die das machen Coach König Riesentrainer seismische Schockwelle und ein Tag voller Frieden als super rare yay und dann unser Gewinner Pack oder unser Preispack Raging Tempest da haben wir die Wichtprinzessin Raketenhand Shinobi Vogelkriehe Rekardisierung Fusions Recyclinganlage Zodiac Rasse Klinge als ultra rare guter Pull ich ziehe sehr viele Rasse Klingen glaube ich ausgesamten Raging Tempest ich glaube ich das ist die Ultra von denen ich am meisten habe glaube ich ziemlich guter Pull Blumenkartian Kirschbitte mit Vorhang Zodiac Sternbild und Rangsteigerungs sauber Cypher Ausstieg ja das war es auch schon mit der Folge heute kurz und knackig so viel gibt es gar nicht zu erzählen hat auf jeden Fall Spaß gemacht bin gespannt was wir dann nächste Woche spielen das wird dann auch wieder irgendwas aus der guten alten Ramschkiste meiner ganzen Decks sein die ich noch so besitze ich hoffe wir sehen uns dann nächste Woche wieder bis dahin Tschüssi wir sehen uns dann Bis zum nächsten Mal.